K. Nein. I. Nein. Oh, Paul und Momo spielen ein Ratespiel. Doch Paul schafft es einfach nicht, den letzten Buchstaben zu erraten. Erkennst du, welches Wort hier gesucht ist? Stuhl. Im folgenden Video lernst du, wie man Wörter mit Dehnungshaar richtig schreibt. Stuhl wird mit H geschrieben, aber man sagt nicht Stuhl. Das Dehnungshaar wird darum auch als stummes H bezeichnet, denn es ist im Wort nicht hörbar. Es gibt drei Regeln, mit denen du herausfinden kannst, ob ein Wort mit H geschrieben wird. Die erste Regel ist, dass ein langer Vokal im Wort vorkommen muss. Die Wörter Stuhl und Bahn haben einen langen Vokal und werden darum mit H geschrieben. Doch auch bei Rasen hört man einen langen Vokal. Trotzdem wird das Wort nicht mit einem H geschrieben. Du musst also eine zweite Regel beachten. Das Wort wird nur dann mit H geschrieben, wenn man den langen Vokal vor einem L, M, N oder R hört. Mit dieser Eselsbrücke kannst du dir die Buchstaben besser merken. Stell dir vor, das H würde bei Wörtern mit diesen Buchstaben sagen, Lass mich nicht raus. L, M, N und R. Bei Rasen hört man nach dem Vokal ein S. Darum wird Rasen nicht mit einem H geschrieben. Auch Lupe wird nicht mit einem H geschrieben. Aber was ist mit dem Wort Schule? Man hört einen langen Vokal. Und der Vokal steht vor einem L. Trotzdem wird Schule nicht mit H geschrieben. Du musst also eine dritte Regel beachten. Ein Wort wird nicht mit H geschrieben, wenn es mit SCH, SP, QU oder T beginnt. Auch das kannst du dir mit einer Eselsbrücke besser merken. Schafe haben Spaß beim Quiz an der Tafel. Die Nomen in diesem Satz beginnen mit genau diesen Lauten. Sch, SP, QU, T. Schule beginnt mit einem Sch. Darum wird es nicht mit H geschrieben. Auch Schal wird nicht mit H geschrieben. Beachte alle drei Regeln, um zu erkennen, ob ein Wort mit H geschrieben wird. Wird Lehrer mit oder ohne H geschrieben? Man hört einen langen Vokal. Lehrer. Der lange Vokal steht vor einem R. Das Wort beginnt auch nicht mit SCH, SP, QU oder T. Alle drei Regeln sind erfüllt. Darum wird das Wort mit H geschrieben. Versuche es einmal selbst. Hört man bei OR einen langen Vokal? Ja. Steht der Vokal vor einem L, M, N oder R? Ja. Mit welchem Laut beginnt das Wort? Das Wort beginnt mit einem O. Die dritte Regel ist also ebenfalls erfüllt. OR wird darum mit H geschrieben. Und das Wort Ton? Die ersten beiden Regeln sind erfüllt. Allerdings beginnt das Wort mit einem T. Die dritte Regel ist also nicht erfüllt. Darum wird das Wort nicht mit H geschrieben. Eine Besonderheit gibt es noch. Bei dem Wort Blume sind alle Regeln erfüllt. Trotzdem wird das Wort nicht mit einem H geschrieben. Blume ist ein Lernwort. Du musst dir merken, wie es richtig geschrieben wird. Überlegen wir noch einmal, was wir gelernt haben. Ein H wird nach einem langen Vokal geschrieben. Aber nur, wenn der Vokal vor einem L, M, N oder R zu hören ist. Mit der Eselsbrücke, lass mich nicht raus, kannst du dir diese Buchstaben gut merken. Das Wort wird nicht mit H geschrieben, wenn es mit S-C-H, S-P, Q-U oder T beginnt. Mit der Eselsbrücke, Schafe haben Spaß beim Quiz an der Tafel, kannst du dir diese Anfänge gut merken. Super, Paul fühlt sich jetzt richtig gut vorbereitet. Momo, was ist das nächste Wort? Oh, das könnte eine Weile dauern. Berlin Und Schafe